Die besten Preise zu den besten Games von diversen Publishern, zusammengefasst auf einer Seite. Gehe jetzt auf www.instinctgaming.com Oh stimmt, hier ist noch ein Missile. Stimmt. Da gäb's ja noch ein Missile für. Die Viecher sind weg. Die Viecher sind weg. Äh, okay. Wie soll ich jetzt an meine Missiles kommen? Nein. Dann muss ich mal kurz hier reingehen. Hier gibt's normalerweise Krabbelfiecher, oder? Nicht? Keine Krabbel? Doch, da. Ich brauch Power Missiles. Äh, Powerbomben. Natürlich geben die nix. Als ob die nichts gegeben haben. Damn it. Ach. Eine, das reicht schon. Hoffentlich. Oh. Bin ich eigentlich den richtigen Weg gegangen? Ja, die haben auch eine gegeben. Perfekt. Und die Viecher sind wieder da. Okay. So, hier können wir noch was scannen. Das ist sehr schön. Äh, ist da unten noch was? Ich weiß es gar nicht. Sieht irgendwie dichter noch aus. Nein. Okay, hat funktioniert. Ist hier wirklich keine Missile, oder so? Okay. Dann ist das einfach nur ein Weg. Okay. Transporter System einsatzbereit. Und hier geht's nach... ...der geheiligten Festung. Man kann's, glaube ich, auch schon sehen. Ja, Transporter zur geheiligten Festung. Ähm. So. Bevor wir irgendwas jetzt aber machen. Wir haben... ...die Powerbombe. Wir haben... ...den Spider-Ball. Wir können an... ...sehr viele Sachen jetzt rankommen. Wo könnten wir nicht rankommen? Ähm. Wir gehen mal kurz auf unsere... ...auf unsere 1. So. Nee, nicht 1. 2, meint ich. 2 für die Datenbank. Gefundene Items 62. Erforschung. Technologie der Luminoth. Nee, das meinte ich nicht. Inventar. Äh. Visoren fehlt uns nur einer. Genau. Anzugssysteme fehlt uns nur einer. Genau. Morphball ist fertig. Äh. Diverses. Suit-Erweiterung und Schlüssel zu dunklen Tempeln. Äh. Ja, okay. Sehr logisch. Suit-Erweiterung ist fertig. Okay. Äh. Anzug. Morphball. Systeme zur Fortprägung. Da fehlt uns auch nur einer. Ah ja, okay. Dann weiß ich schon, welche Sachen uns fehlen. Tatsächlich. Ja. Das heißt, mit den Dingern, die wir gerade haben, kommen wir an fast alle Items ran. Das ist nämlich sehr krass, dass, ja, du jetzt eigentlich fast alles machen kannst. So. Überlegen. Das Secret haben wir geholt. Das Secret haben wir geholt. Hier könnte noch was sein. Ja, könnte. Weiß ich aber nicht. Hier kommen wir eh nicht rein. Ist aber nur ein Missile drin, glaube ich. Oder ein Energietank. Ne. Missile, Energietank. Ich glaube, der könnte sogar ein Energietank sein. Aber ich weiß es nicht. Ähm. Da drin waren wir. Hier drin ist nichts. Hier drin ist auch nichts. Hier hinten ist was. Da kommen wir aber, da brauchen wir auch eine der letzten Fähigkeiten für. Die vergessene Brücke. Da müsste man eigentlich hin. Sich. Okay, das war falsch. Äh. Dann dunkle Welt machen und die gelbe Tür öffnen gehen. Da ist nichts. Äh. Hier ist, glaube ich, auch nichts. Hier ist nur die gelbe Tür. Genau. Giftweier. Weiß ich nicht. Hier im Tempelzugang könnte was sein. Obwohl ich das nicht glaube. Äh. Energie Regulator brauchen wir auch nicht. Dunkler. Krypto. 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 Ich erinnere mich. Da brauchen wir auch noch eine Fähigkeit. Aber da ist die allerletzte Fähigkeit, die man bekommt. Also wir könnten tatsächlich nicht so ultra viel machen. Wir könnten höchstens die Brücke für diesen Schlüssel dann. Aber das bringt uns echt nicht viel. Also hier in dem Bereich bringt es uns tatsächlich nicht viel. Aber wir könnten zurück nach Argon. Ja. Wir könnten uns nämlich diesen Raum holen. Weil wir ja die Powerbombe haben. Damit können wir den Stein weg sprengen und die weiße Tür freilegen. Ähm. Das. In dem Ding ist auch noch ein Secret. Hier könnten wir rein und den Transporter aktivieren. Stimmt. Ich weiß auch nicht wo der hinführt. Ähm. Wahrscheinlich nach ähm. Achso. Wir sind in Argon. Das heißt es könnte auch zur Festung gehen. Würde ich mal schätzen. Schachtsystem. Ah. Da haben wir schon das Ding geholt. Hier könnten wir hin. Die Sandaufbereitung. Da ist noch ein Missile. Die grüne Tür können wir öffnen. Aber das Problem ist hier. Wir können hier nicht in der dunklen Welt die graue Tür öffnen. Die können wir noch nicht öffnen. Oh Mann ey. Wir haben so viel zu tun eigentlich. Ich würde vielleicht echt mal mit Argon beginnen. Weil hier können wir ein paar Sachen freischalten. Hier das können wir machen. In der Förderanlage. Da gibt es ja auch noch ein Missile. Das Ding können wir holen. Dann können wir die dunkle Welt. Können wir. Da brauchen wir nicht. Das haben wir. In der dunklen Welt brauchen wir eigentlich nichts zu holen bis jetzt. Wir könnten aber in der hellen Welt tatsächlich einige Sachen hier holen. Also eins hier. Eins hier. Zwei. Oh warte. In der dunklen Welt können wir das Ding holen gehen. Hier. Knotenpunkt. Weil wir dafür den Spider-Ball brauchen. Okay. Das heißt wir hatten drei Sachen. Vier mit der Tür da hinten. Und fünf mit der Tür. Ja. Okay. Dann gehen wir jetzt zur Festung. Und probieren diesen Transporter zu finden. Das ist doch ein Plan. Machen wir heute ein bisschen Backtracking in Argon. Weil das gehört ja auch irgendwo dazu. So. Das erstmal scannen. Hier gab es sonst nichts. Ne? Und wir sind in einem komplett neuen Bereich. Jetzt sieht man erst wo wir sind. Wir sind komplett außerhalb gespawnt. So. Dieser Bereich ist komplett neu für uns natürlich. Aua. So. Was ist denn hier? Hier kann man das Vieh noch scannen. Okay. Und noch so eins. Hallo. Oh. Ich weiß wo wir sind. Genau diesen Raum meinte ich. Hier muss man... Das ist der Raum, der Buggy ist. Der kann Buggy sein. Ich erinnere mich daran. Ich erinnere mich daran. Oh Mann ey. Wie kann man das nochmal machen? Da kommen wir da oben aus. In der gelben Tür. Genau. Aber wo ist der andere Transporter? Da. Da ist eine gelbe Tür. Oder da ist eine gelbe Tür. Das ist nicht so prickelnd. Okay. Okay. Hier können wir was nicht scannen, oder? Ah, jetzt können wir scannen. Okay. 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 Unsere ermatteten Truppen fanden sich in der geheiligten Festung ein, um sich für den unvermeidlichen Ansturm zu rüsten. Und sie sollten nicht lang warten. Eine Ingewelle nach der anderen ging auf die Festung nieder. Einzig nach einem Ziel strebend, die dortige Energie zu erbeuten. Die Inge richteten die Maschinen der Festung gegen unsere Krieger. Und so eilte das Ende herbei. Die Energie der Festung fiel an die Inge. Einzig der Ein-Energie-Regulator blieb dem Äther. Das ist der, wo wir ganz, ganz am Anfang waren. Der allererste... Ja. Wo wir... Wie hießen das nochmal? Moment. So. Mein Handy hat mich wieder mal genervt. Okay. Wie hießen... Der erhabene Tempel, oder wie der heißt. Das ist der letzte, der übrig geblieben ist. So. Ich probiere... Nichts hier zu machen. Schnell weg. Yes. Ähm... Aber... Was ist das für ein Geschütz? Und da... Gibt's noch ne Powerbomben. Container. Ein ganz neues Item. Aber wie man da dran kam... Das ist ne... Das ist ne... Äh... Gute Frage. Achso. So wahrscheinlich. Einziges anderes Problem ist... Wir haben keine Powerbomben mehr. Ich hoffe... Oh, der hat eine gedroppt. Okay. Hier könnten wir durch. Das machen wir auch, glaube ich. Wir brauchen einige... Powerbomben. Aber jetzt hat er genau dann sein Scheissschutzschild gemacht. Komm, mach dein Scheissschild weg. Hat nix gedroppt. Dammit. Aber... Wir können... Können wir das jetzt schon machen? So. Down. Da kriegen wir wieder ne Powerbombe. Perfekt. So. Wir haben die Gegner schon mal erledigt. Dann können wir auch noch den erledigen. Oh. Achtung. Ja. Glück gehabt. So. Wir holen uns nämlich jetzt erst mal... ...einen Energietank. Der ist auch nicht ganz so einfach. Ah, der wird mit Strom beladen, oder? Ja. Ja. Und da ist er schon. Wunderschön. Ähm... Der war... ...einfach. Tatsächlich doch. Doch. Äh... Ich überlege. Boah, das ist so nervig. Ich will halt immer den besten... ...einfachsten Weg nehmen. Damit wir ja nix verpassen. Da unten ist noch dieses Ü-Türchen. Können wir das schon öffnen? Ja, ne? Oder? Kann man nicht... ...das Glas auch noch zerstören sogar? Ah, das können wir öffnen. Ja, perfekt. Dann gucken wir mal, was dahinter ist. Und ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Äh... Ja. Das Karten-Terminal. Das ist gut, dass wir hierhin gekommen sind. Stecken wir uns. Wunderschön. Wunderschön. Dann haben wir das auch mal. Und jetzt seht ihr... ...wie... ...verdammt groß... ...dieses Gebiet ist. Ich mein, Torvus war ja schon krass, aber... ...auch allein dieser... ...fette Turm hier. Ähm... ...hier gibt's aber auch noch ein Item. Man sieht es ja auch. Äh... ...man sieht es an dem Raum. Da oben ist noch was. Das können wir aber noch nicht machen. Ähm... ...was haben wir da hinten? Speicherstation. Ja, könnte man den in Betracht ziehen. Werde ich auch machen. Weil... ...ich habe mir kein Risiko eingehen... ...mit dem... ...einem Raum da. ...der so ein bisschen buggy ist. Ich will lieber ein Safe haben... ...wo wir jetzt die Powerbombe haben und... ...nä... ...n bisschen Backtricking jetzt machen. Das ist schon... ...nicht so... ...schlecht, wenn wir jetzt erstmal speichern. So. Okay. Planen. Wir können uns draußen... ...nichts holen. Wir können zwar was freisprengen... ...aber das bringt uns... ...oder... ...warte. Äh... ...nee. Da ist der Transporter, glaube ich. ...das könnte der Transporter sein... ...nach... ...aber warum war ich noch nicht... ...ah, ich weiß auch... ...das könnte der Transporter... ...nach Argon sein. Tatsächlich. Äh... ...hier geht's nur nach oben. Was ist das denn für ein Raum? Zentraler Forschungsbereich. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Raum war... ...aber hier geht's nur nach oben. Ach doch, das ist der... ...ja, ja, nee, nee, nee... ...da können wir noch nicht... ...das machen wir noch nicht. Besser gesagt, das können wir noch nicht machen. Ne, das können wir noch nicht machen. Da geht's nicht weiter. Hier könnte man rüber... ...hier könnte man rüber... ...hier könnte man nach oben. Da ist ja auch noch was. An das Item zu kommen... ...ist halt echt nervig. Ähm, kann ich... ...kann ich die dunkle Welt... ...ich hab doch die dunkle Welt gemacht. Hä? Okay, das bringt nix. Ich will nach da oben. Guck, was hier noch ist. Oh, ja, hierhin müssen wir eigentlich... ...glaub ich sogar. Ja, ja. Ja, da müssten wir eigentlich hin. Da könnten wir auch schon hin? Echt? Ne, 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 können wir noch nicht hin. Ich will dieses Item da holen. Aber da gibt's keine Verbindung zwischen. Das ist halt so blöd. Da gibt's auch immer einen Raum. Oh, ja, ich weiß, was da drin ist. Yo. Ich weiß, was in dem gelben Ding drin ist. Ja. Ich weiß, was da drin ist. Hier können wir auch noch nicht rein. Ja, dann bringt das nix. Dann machen wir das später. Dann gehen wir jetzt erstmal nach... ...nach Argon, glaub ich. Ich glaub, das ist am besten. Hoch und dann rechts. Ja. Äh, das... ...kommt jetzt nix. Ich weiß halt, dass wir dafür noch eine andere Seite brauchen könnten. Für eine andere Sache noch da zu holen. Hallo. Ich hab das jetzt richtig. Ja. Hier gibt's nix hier. Aua. Huch. Oh, nein. Stimmt, hier gibt's ja auch noch einige Secrets. Ja, können wir auch noch machen. Oh, ja. Da ist er ja schon. Der Ink zur Trümmer. Oh, ja. Ich hab keine Ahnung, wie man den besiegte. Einfach mit... Aber erinnert euch... ...dieses Ding nicht an was. Und zwar... ...an den... ...an den Elite-Piraten. Vom ersten Teil. So, da hinten kommt schon der Nächste. Ich besieg den einfach mit... ...Super Missiles. Ja, komm her. Oh, wir haben ihn schon besiegt. Okay. Holy moly. Die brauchen tatsächlich vier Super Missiles, um zu sterben. Oder... ...drei Super Missiles und ein... ...ja... ...ein paar Charge Beam-Bälle. Ich glaub, drei waren's. Ja, das hat... Oh Gott. Stimmt, das war so eine Sache. So eine Taktik-Sache hier. Nein, nein, nein. Oh Gott. Nein. Das ist richtig fies, diese Passage, find ich. So. Okay. Oh, hier muss was durch. Ja. Oh Gott. Nein 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 Okay Hab ich das schon mal geschafft? Moment Kann ich da hoch? Nee Wow Ich komm da nicht hoch? Ernsthaft? Hä? Ich hab das doch immer so gemacht eigentlich Warum konnte ich jetzt nicht auf die Platte Ach, weil das da so abgeschränkt ist Okay, ich seh's Das ist ganz leicht abgeschränkt Das ist ein bisschen tiefer alles Okay Kein Wunder, dass es nicht funktionieren kann Hier gibt's den Missile Container Gut Auf der dunklen Seite gibt's dasselbe Spiel nochmal Ähm Und hier kommen wir wieder raus Okay Gut Damit haben wir den auch schon geholt Wir können auf die dunkle Seite gehen Und uns den Himmelsschlüssel hier holen Da haben wir schon das Item geholt Gut, hier wär noch ne gelbe Tür Und hier wär noch ne gelbe Tür Brennt uns das was? Okay, wir auf die dunkle Seite der Brücke, ne? Wir können halt wirklich Zuerst Warte Das ist schon mal kaputt Kriegen wir vielleicht in der dunklen Welt wieder Eine weitere Powerbombe Haben wir die schon mal gespart gesehen Oder gut eingesetzt Sehr schön So, da ist der Oh nein Sind das die Die Dunklen Sind das die dunklen? Ach, das sind die Piraten Ja, ja Achso, wir haben ja den Ja, lassen wir die mal in Ruhe Die spawnen eh gleich wieder So, komm Hör, der ist durch die Watt geflogen Ja, komm Geht doch weg Hopp Die spawnen endlich Ich wusste, dass der hinter mir war Nein Nein Das lässt so ganz schön sein Das muss ich jetzt wirklich besiegen Wenn ich jetzt eine Missal abfeuere Ah, die Nerven so hart Es sind drei sogar Die wollen wirklich, dass ich besiege Die wollen wirklich, dass ich besiege Komm on, sterb einfach Oh, ist es so der, Mensch? Stirb einfach Komm Meine Fresse, ey Ich dachte, die spawnen Aber die wollten gar nicht Die spawnen Okay Ich beende auf jeden Fall erstmal hier die erste Aufnahme-Session Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder Bis dahin Haut rein Und tschüss Tschüss Untertitelung des ZDF für funk, 2017